Willkommen zu einem neuen Part Heroes 5 Wir kämpfen gerade gegen Stahlgolums und machen sie voll fertig Blatt, siehst du? So effektiv kann es sein Effektiv zu sein Uh, ein ganzer Zombie Das ist toll Ein ganzer Zombie Nicht ein halber, nicht ein viertel Ein ganzer Gleich haben wir die an, wo wir wegen der Schaden zurückkommen Ich will nicht, dass ein Totengeist von mir so schnell stirbt Ja Ähm Boah, 0 bis 1, unglaublich Unglaublich Äh, ah, er wird geheilt Sehr schön Einer zumindest erledigt Ja, gehen wir ja Dann werde ich die Kerle wenigstens los Batsch, batsch Batsch, batsch, batsch 5 bis 6 Bitte erledige 7 Danke Oh, wir sind kein erledigt Gut Bra Was Übertreiben sie Okay, der macht 5 Schadenspunkte Die 2 zusammen Boah Der wird auch Ah, der könnte sogar 2 erledigen Ne, tut aber nicht Und die Balliste Jetzt bitte den Rest Sein Einsatz Sauber Eine Sauber der Balliste Schön glänzend poliert Oh, der eine wurde wiederbelebt Cool Keine Ahnung, Verluste Selbst wenn ich einen Verlust habe Finde ich das nicht so cool Oder Finde ich es eher unsinnig Weil ich den eigentlich sogar Hatte sterben Woll Hatte Sterben lassen Wollen lassen Sterben sollen Hatten Mir nichts Dafür können wir auch Bogenschützen kriegen Falls hier auch noch Punkte haben Ich glaube ich habe keine Punkte mehr Wie heißt es mit der neuen Woche Ich muss noch weitere Punkte Ich habe Lust noch weitere Kreaturen Aber ich habe noch 40 Punkte Für 20 Skelette Reichts Aber Skelette eigentlich Zu beschweren Ist langweilig Ich hätte Auf was für andere Spannendes warten sollen Ja, hätte ich wirklich Zum Beispiel Magier hier Dahinter befindet sich Erfahrung Ja Tun wir es Wir tun 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 Tutu 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 Oh Das finde ich auch böse Ja Erledigen wir die neuen Diesen als nächstes So Der nächste Schritt ist Ähm Benusten wir Magie Und erledigen Ah nein Wir benutzen keine Magie Ich bin ein Totenbeschwörer Ich kann es mir leisten Das ist einheitlich sterben So Ich hätte doch Magie benutzen sollen So viele wie noch leben Ich dachte es würden noch mehr versuchen Ah Batsch Einmal in der Fernkampf war Das finde ich gar nicht gut Er hätte lieber Auf den Zombie-Gier gehen sollen Fünf bis sechs Ach Sechs erledigt Tatsächlich Ah Er blockiert sogar beide Das ist süß Okay Wenn die Magie benutzen Blockiert er sie doch nicht wirklich Ah Sehr schön Er hat tatsächlich Den Angriff Meister des Feuers Vielleicht den Zaubern Feuerball und Armageddon Habe ich beide nicht Meister des Eises Besucht auf Einfache destruktive Magie Geübte Das ist einfach Dunkel Magie Ja ich will alles lernen Ich will alle Zauber lernen Die es gibt So oder so ähnlich Denn wenn ein Necklomant Nicht auf Magie geht Dann weiß ich auch nicht Wer auf Magie geht Kriege ich da Glück dazu Ja Okay Bogenschützen Ich hätte gerne vorher Neue Punkte Okay dann bauen wir Dessen Meine Magie Gilde Ich brauche keine Einheiten Ich bin ein Necklomant Ich brauche nur Leichen Oh das sind Vampire Oh das sind Magier Oh die kämpfen gegen mich Ah doch nicht Kämpfe ich gegen die Ich weiß nicht Wenig Einige Man muss es riskieren Sonst weiß man nicht Weiß man es nicht Man muss es einfach mal riskieren Wenn ich sterbe Da weiß ich dass ich ein Problem habe Aufgewertet hat sogar Ey das die mit solchen Einheiten hier starten So ein Schritt nach vorne So Ich würde gerne Oder die Magier zuerst Auf die Magier Schließen wir So Totengeist Boah die ja leicht Machen wir so Ah ja mit seiner dummen Magie Auf die Fernkäfer Schwächt die auch noch Nein Die sollten nicht geschwächt werden Boah Die stehen so schön in einer Reihe Ähm 13 oder 28 Oh 28 klingt viel effektiver Ah weil er verdeckt auf Ne ich mach dann so 13 Ja Schön auf die Magier Und er macht seinen Blitz auch Schön Auf mich Eisblitz Yeah Ja das erledigt den perfekt Perfekt Quatsch Schaden der Magier zu reduzieren Keinen Flechtenschein machen Oh mein Mein Stör mich hier hinten nicht Ich will mit die Geister Die Geister Ich will mit die Geister Alter Ich will mit den Geister Den hier erledigen Verdammt Das war voll ineffektiv Nein Die Geister sind tot Alter So Das ist jetzt problematisch Mit nur noch 18 davon Und ich kann nur den Nahkampf machen Zack Das war's Spiel vorbei Ach aber ich erledige noch Ah nur einen davon Wie langweilig ist das denn Dann erwecke ich bitte Zwei davon wieder Danke Gut gemacht Dann habe ich auch tatsächlich Nur ein paar Ferngangsskelette verloren Wenn Du dummer Magier Welche Stufe bist du 16 Komm mir hier Stufe 16 Kreaturen angerannt Das gibt's doch nicht Aber das V-Kleicht ist aus Das V-Kleicht ist vollends aus Oh der stirbt direkt wieder Das gibt's nicht So Ah ich hätte auf den anderen zählen sollen Eher Ähm Nein Ich mach nochmal Tote bewecken Nochmal zwei davon 160 Wieso wird das Leben Dass er dabei heilt Immer weniger Zack Keiner davon versorgt Jetzt lass mich den anklicken Für 60 120 Vor allem war es 200 Haben die jedes Ball beim Wiederbeleben weniger leben Weiß ich nicht Auf jeden Fall Ich stehe jetzt die letzte davon Leider ohne zu fauchen Äh das macht es nämlich Interessant So Jetzt Oh der Fernkampfschaden wurde mit Munitionswagen gelöst Einen Munitionswagen hätte ich mir holen sollen Die Der Schaden von den Kerlen Würde dadurch ordentlich erhöht werden Ach Watsch Autsch Soll ich den nochmal wiederbeleben Ich glaub das mach ich Nochmal Ich will die Kerle nicht verlieren Oh ich hätt auch welche von denen Ne ich mach lieber die Geister Soll ich irgendwelche Nackenfach ab Nein Nicht schon wieder einen töten Nicht schon Oh Wie nervig ist das denn Was Keine Munition mehr oder was 12 12 Schnelligkeit Verbleibende Schüsse 0 Puh Das habe ich bisher auch noch nicht hingekriegt Ganze Munitionsverbraucht Die scheinen ja nicht so extrem viele Schüsse zu haben Und nicht so viele langen Kämpfe Meister der Stürmezeichen ist Da verleiten die Verwandten die Fähigkeit Bis zum Ende Nach Verkennation zu verwenden Ne Geübte Dunkelmagie Geübte Destruktive Wir machen mal Dunkelmagie Das ist wohl eher So das Was Einziger Ein Zombie wiederbelebt Und Windmühle Oh da ist eine Schriftrolle Gestatte das Wirken des Zaubers Fluch der Unterwelt Oh das klingt cool Zuerst endet der Part